Harry sagt guten Morgen, heute am 29. Juni 2017, es ist 9 Uhr 8 Minuten, wir haben 28 Grad, kein Wind, keine Wellen, doch ein bisschen keine Wolken und heute ist es auch nicht mehr so diesig. Wir haben wieder normales Wetter und freuen uns auf einen schönen Tag. So, wir sehen wieder den Horizont über dem Meer und auch wieder die Berge. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, und mit diesen Bildern verabschieden wir uns wieder. Hasta mañana.